okay ja kugel rüber sprengen oder nicht unbedingt so aber ich kann sie ja nicht was passiert dann eigentlich ok danke ich sollte sie vielleicht erst an den rand schieben ja ich frage mich die ganze zeit was ich dachte das wäre vielleicht weit genug ach so ja gut hätte sein können finde ich finde ich finde das hätte sein können lass mal zu zweit sprengen gleichzeitig ich habe noch nicht gelegt 1 2 3 und da nur noch ihren schatten auf dem mond ist das lebensupgrade nicht wie kommt man ach so ich dachte vielleicht das schild der luft da kommt man nicht dran ja geben auf mein schild kannst du davon abspringen das gab gerade ein erfolg noch mal ne kannst du nicht oder nicht wirklich schade keine ahnung wie man daran kommt wahrscheinlich hätte man auf die kugel und dann hättest du ja ich glaube ich weiß wie es einer geht auf die kugel und der andere sprengt die kannst du noch mal dein schild hoch machen so wahrscheinlich aber wir kriegen die kugel da ja nicht drauf das ist ja voll kompliziert die da drauf zu kriegen das ist mir jetzt irgendwie zu viel ja mir auch tschüss vor allem braucht das lebensupgrade ja nicht wenn man gut spielt also brauchen wir ja so okay das hat uns jetzt nicht wirklich geholfen das kommt aus diesen dingern raus sag mal das ist jetzt natürlich sehr sehr breitköpfig der gedanke komm mal bitte her und sprengen diese hand da in die luft könnte sein dass du recht hast doch man kannst du deinen du hast so ein ding was deine radius erhöht von den bomben kannst du es rausnehmen bombe plus eins genau weil möglicherweise vielleicht klappt es ein kleineren radios ja warum ich war doch außerhalb des radios jedoch ein kleines bisschen bisschen weiter wer kann ja auch hier in die ecke liegen okay siehst du das und jetzt ist das blockiert genau genau dasselbe können wir hier mitmachen genie markolein ja ein bisschen zu langer markolein so ja jetzt haben wir aber eine kugel zu wenig ja die werden wir wahrscheinlich hier oben finden hallo schädel wie sei seile mich mal sei mal ein tote ab nur bringen uns die schädel ja nicht wirklich was nicht alle zehn haben und von einem wissen wir schon dass wir nicht bekommen was auf da kommt gleich feuer raus ach ich verstehe spring mal dieses hochgehen macht ihr selbst automatisch ich glaube nicht so ja knapp 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 hier voll die komplexen rätsels hier lösen die zuschauer werden alle sagen gesagt aber scheiße dieses wie dieses späte nach folge 13 vorbei sein können so was passiert eigentlich okay das bringt nichts so weit können wir nicht das wiederum scheint ein muster zu haben ach ne ne puh puh nun ah ich ahne was warte ne geh nochmal drauf bitte ah von der seite hm von der seite ne ich ich wundere mich nur weil weil eigentlich müsste das dann ja von der anderen seite weg sein damit man da rüber kann weil wenn man auf das andere ding geht dann hm 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 vielleicht braucht man die kugel ja aber die wollen wir ja dran wir wissen ja nicht wie wir an die dran kommen ja aber von da oben kommt ja noch eine siehst du ja ich sehe du hast meine aufmerksamkeit also von oben kommt noch eine meine ich da ist ja nochmal so eine röhre zusätzlich zu der die da eingesperrt ist hm gute frage äh das hier bringt hat diesen effekt aber es bringt ja keinem was ne und das bringt auch keinem was du wirst sterben wenn du da durchläufst aber von der anderen seite ja nicht stimmt ähm hallo es tut mir leid nein ja das ist dann die rache nämlich nämlich ich weiß es ich weiß es ich weiß es so mach jetzt mal das spann dein seil spann dein seil und bleib auf dieser plattform stehen genau jetzt geh runter von der plattform und wir müssen jetzt mich hier in der mitte am leben halten während du komplett drum herum gehst und dann von der anderen seite diese dinge ausschaltest ja aber warum weil wir könnten auch einfach beide auf die andere seite gehen dann geht ja das aus auf der anderen seite und dann könntest du problemlos darüber ja aber das ist doch das ist ja langweilig ja ich verstehe schon ok geh vor ich komm nach oder ne ne du hast recht ich hab's doch gesagt du hast ja recht ja 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 siehst du ist ja gut ich bin der der immer recht hat ne time lord victorious so so jetzt hier mach dann weib so viel spaß dabei danke viel spaß dabei da kommt was da kommt was hier da kommt was ach ne schnell auf die platte was für ein cooles rätsel ja irgendwie schon so im moment naja das bringt uns wahrscheinlich nix ja du kannst mich ganz einfach rüberholen hier ja ne ne so ja 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 wie kommen wir da jetzt rüber rüber springen rüber nicht rüber springen rüber sprengen ne das die mine liegt doof die sprengt die kugel dann runter so wir müssen alle jetzt voll ernst gucken oh gott entschuldigung was war das denn jetzt ich wollte mich doch nur entschuldigen oh ne sagt mir nicht wir müssen die kugel wieder ne die save points von dem spiel sind aber fair ja so geht es natürlich auch ja ist mir gerade aufgefallen mach mal dein seil danke das geht dann ja sogar zumindest was den transporten kugel betrifft einfacher ach irgendwie du es fast kaputt gemacht hättest dann das tut mir leid nein das tut dir nicht leid äh das muss dir nicht leid dann ist ja nur witzig so ich guck gerade ok bin drüben yeah hol mich rüber nun das mit dem seil ist ja voll cool einfach ja dass es um die ecke geht und so bei dem schädel hätten wir auch noch dran gucken können wenn wir irgendwie zu zweit darüber gekommen wären ja nicht so will ne ich frag mich grad wie man zu zweit darüber kommen könnte hm äh was bringt es versuch denn mal das ding da drauf zu sprengen was dann passiert hua hua no nein so geht es nicht das ding ist zu nah das ding ist zu nah an dem das muss weiter weg von der säule sein wahrscheinlich hier hm das war zu weit ja es war ein bisschen zu weit das lag daran dass die mine zu nah an der kugel war obwohl die flugbahn war auch zu schwarz zu flach so wir können auch mal meine mine probieren die hat nicht so viel power ok probieren wir mal da eine mine mit wenig power oder wir machen die kugel einfach weiter weg oder wir machen die kugel einfach weiter weg ja ach man noch weiter rake ne 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 danke so tschüss och die trollt uns ja die koche war hast du ja gemerkt wo sie vorher war ne das war nicht weit genug ok dann jetzt diese fliese hier riese fliese fiese fliese dann fliese 5 ne das ist zu viel power ok dann deine auf fliese 5 wobei ich die vermute gehabt dass da eine mine genauso stark ist ne doch nicht wer die richtung richtig gewesen hätte das glaube ich funktioniert gerade warte ne ist wieder zu weit links ach man ne ne das ist ja zu nah weißt du was öps ne was hast du denn vor ne ich habe nur versehentlich da was gelegt achso ich schieb dich mal rüber so Ja, ist zu weit. Oh, knapp. Komm schon! Nein! Die Situation eskaliert. Ich glaube, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, das mal... Hugo? Das mal Hugo? Egon, Egon, Bader. Boi! 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 Springung! So, die Kugel ist unten und wir brauchen sie. Ja. Genau. Okay. Damit haben wir drei Kugeln hier oben. Ich weiß gar nicht, wie viele jetzt unten waren. Äh, ja. Unten war, glaube ich... Hm, gute Frage. Boah, wie viele gibt es denn von den Typen eigentlich? Achso, meine Mission ist leer. Äh, die Kugel noch. Komm her, Kugel. Ich backe nicht so rum. So. Alles klar. Drei Stücks. Drei Stuck. Die müssen wir da runter. Da runter? Boah. Nervtuch. Yeah. Yeah. Yeah, was war das für ein Geräusch? Nun. Dein herannahender Tod war das. Warum läufst du denn auch da rein? Ich wollte dich wiederbeleben. Ach so. Ne, aber ist ja nicht nötig. Stimmt. Zum Glück. Das wäre... Einige Situationen wären nervtötend gewesen. Unter der Prämisse, dass man nicht einfach wieder aufsteht, wenn man tot ist. Tot ist. Totek. Wenn tot ist. Ja, egal. So. Ja, egal. Das sind jetzt drei. Wir brauchen wahrscheinlich... Boah. Also zwei. Mindestens zwei haben wir hier rüber ja schon. Ach ja, und eine brauchen wir dann ja wahrscheinlich mal wieder nicht. Weißt du? Weil einer draufstehen bleiben kann. Also haben wir alle. Ne, das ist Feuer. Also kann da keiner draufstehen. Ah. Da fehlt eine. Ich weiß nicht, ob da eine fehlt. Man sieht es ja von hier oben irgendwie nicht, wie viele da unten liegen. Also eine haben wir unten drin. Ich glaube mehr nicht. Eins, zwei, drei, vier. Doch. Wir haben alle. Hi. Wissen die jetzt auch. Ich hab's eilig. Tschüss. Och nee. Ich hab noch Sperre. Ich bin geboren auf Speren. Scheiße. Oh, Munition, Munition. Boah, das wird aber echt eng hier. Nein. Ich guck, da ich am Leben bleibe. Ja. Vielleicht generell gar kein Beschluss dafür. Na super, letzte Granate erst mal daneben geschossen. Der hat Munition fallen lassen. So, Typ. Er platzt, er platzt. Ne, er hat es noch gar nicht geplatzt. Platz doch, Junge. Platz doch. So. Danke. Kommen natürlich weitere. Oh. Oh, ich bin tot. Boah. Boah. Diese Golems sind strame Seemannsbrot. Was? 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 Ach, scheiß Dreck. So. Jetzt wurde geschissen. So. Ja, Marla. Ja. Jetzt kommt raus, wir brauchen acht. Ich hab's ein bisschen zu energisch geschoben. Habe leider die Gesetze der Physik ausgehebelt. Ich hab's schon wieder getan. Ausgehebelt. Jetzt, jetzt hört auf. Warum tötest du mich dauernd? Du bist so in das Loch reingefallen. Ja. Oh, nee. Oh, hast du noch bekommen. Da hast du wieder so ein optionales Dings. Gucken, was da gibt. Umsonst. Schädel. Nix wahrscheinlich umsonst. Denk, denk, denk. Okay, ich hab ne Idee. Okay. Ich hab doch keine Idee. Ah, warte. Doch. Das möchte das Spiel wohl nicht. Ach, hier dieses Ding hab ich gar nicht... Du musst deinen Hacken da irgendwie dran machen. Du musst... Ja, aber dafür muss ich auf der anderen Seite sein. Hm, ja. Das Ding in der Mitte muss ja auch irgendein Bewandnis haben, dieser Turm mit den Stacheln. Kannst du da vielleicht... Einen Speer reinhauen? Ja. Nee. Nee. Geh du mal da rüber. Hier über diese Holzplattform. Hm. Kann ich irgendwo einen Speer reinschieben? Nee. Hm. Wow. Aber was würde das bringen? Ich meine, das hat man ja... Geh mal drum herum. Geh mal drum herum. Und komm wieder zu mir. Hm. Jetzt geh auf die Platte. Verstehst du? Geil, oder? Kommst du da rüber? Ja. Geil. Es hat geklappt. Ich weiß... Wahrscheinlich war es auch so geplant. Ja, denke ich auch. Aber das ist so cool. Das ist echt cool. Wieso kommen wir eigentlich nicht drauf? Sind wir doch. Ja, sind wir. Aber nach ein bisschen nachdenken. Nun. Nachdenken. So soll es es sein bei Rätseln, oder? Ja, das stimmt. Ja, das ist eigentlich coole Rätseln, muss ich sagen. Ist jetzt keine Neuerfindung der Physik, aber... Ja. Das... Sollte es auch nicht unbedingt sein müssen. Ja. Boi. Oh weia. Oh weia. Boi. 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 Shit, ey. Shit, shit, shit. Aber wir sind gleich durch, glaube ich. Hm. Boi. Boi. Ich hab Hunger. Äh. Wie, du hast Hunger. Ja, keine Ahnung. Steht hier. Äh. Es steht dir frei darüber. Zu hochteilen. Yay. Cool. Du schaffst's. Das war das Festungpassat. Boah, 30 Minuten. Das wird die längste Folge von allen. Ja. Nee, ich splitter es in zwei. Naja, auf jeden Fall. Wir sehen uns im Endscreen. Ciao. Weitere Steinverschiebungen findet ihr übrigens auch auf meinem Nebenkanal. Zeit zu brocken. Machst du da jetzt auch Tetris? Wegen Steinverschiebung? Äh. 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 Sag mal, warum schiebst du mich eigentlich mit der Kamera immer durch den ganzen Raum? Hm. Hm. Ich hab Anziehungskraft. 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 Bis zum nächsten Mal.